Hallo, da ist der Sandro Plazkum von den New York Giants. Zusammen mit der One World Charity haben wir es geschafft, 2.000 Euro aufzutreiben und gespendet für das österreichische Nationalteam, damit sich Spieler, die sich die Anreise und die Teilnahme am Nationalteam nicht leisten können, trotzdem dabei sein können. Ich wünsche dem Nationalteam alles Gute und viel Erfolg!